Das Speedy E-Light verbindet modernes Design mit hohem Fahrkomfort, leichter Handhabung und optimalen Fahreigenschaften. Durch modernste Elektronik und einen geringen Rollwiderstand schafft das Speedy E-Light mit seinem 6 km Freilaufmotor eine Reichweite von bis zu 20 Kilometern. Für die alltäglichen Erledigungen ist dieser kleine elektrische Partner wie geschaffen. Das An- und Abkuppeln ist durch das patentierte Speedy-Lift-System denkbar einfach und unkompliziert. Durch das geringe Gewicht von nur 14,7 Kilogramm hat es ausgezeichnete Transporteigenschaften und lässt sich so ohne Mühe auch im PKW unterbringen. Dank extremer Wendigkeit und einer hohen Kippsicherheit ist das Speedy E-Light ein idealer Begleiter für kürzere Touren und zum Shoppen. Kleine Bordsteinkanten und unebener Straßenbelag sind dabei für das Speedy E-Light kein Problem. Das problemlose Kupplungssystem und der einfache Wechsel der abnehmbaren Akkus ohne jedes Kabelgewirr verbinden hohe Funktionalität mit unbeschwertem Haschloss.